Das kommende Album von Monet 192 trägt den Titel Champions Club. Das Album erscheint voraussichtlich am 1. Juli über das Label Ohne Music. Alle weiteren Informationen zu dieser Veröffentlichung, die Vorbestellungslinks und die Titelliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.